Warum willst du mich töten? Warum willst du mich töten? Warum willst du mich töten? Weil ich für die Recht der Sexwerker kämpfe. Sie sind auch Menschen. Ich gehe ins Bordell, ins Artemis. Und im Artemis habe ich auch die Frauen dort. Das ist eine Art Gesprächskreis, was ich mit denen führe. Es waren vier Frauen da. Zwei Türkinnen, eine halb, eine Deutsche. Und dann habe ich mitbekommen, dass muslimische Männer gerne zu Prostituierten gehen und dort zum Beispiel sagen, naja, ich müsste aber erst eine Ehe schließen, bevor ich so etwas mache. Ist es euch auch schon passiert oder habt ihr davon was gehört? Ja, wir sind hochgegangen, dann in das Zimmer. Und dann hat er zu mir gesagt, dass er, bevor er mich überhaupt anfässt oder bevor wir was machen können, dass wir erst heiraten müssen. Dann hat er einen Satz auf Arabisch gesagt. Den Satz musste ich auch wiederholen. Da drin war halt, dass wir für eine halbe Stunde, für 60 Euro jetzt verheiratet sind unter diesen Umständen. Ja, und dann konnten wir was miteinander machen. Und nach 30 Minuten sind wir automatisch nicht mehr verheiratet. Okay, wow.